Musik Nur vollends gebrochene Menschen können große Anführer sein. Seine Leute nennen ihn nicht General oder König. Sie nennen ihn Kukul Khan, den gefiederten Schlangengott. Ihn umzubringen, könnte zu ewigem Krieg führen. Er will Krieg mit der Welt an der Oberfläche. Wir wissen, was ihr flüstert. Sie haben ihren Beschützer verloren. Jetzt ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Sie haben den Krieg geschlagen. Luste! Zeig ihnen, wer wir sind. Sie haben die Fläche. Sie haben die Fläche. Sie haben auf der Welt von Krieg genannt zu tun. Er ist eine Fläche. Untertitelung des ZDF, 2020